Sie sind fertig? Sie sind bereit? Ja, wir können beginnen. Wie ist Ihr Ex? Ja, in meiner ersten Zeit habe ich keine Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, dann werde ich es Ihnen sagen. Dann müssen wir unterbrechen. Ja, natürlich. Aber in diesem Tag, das ist... Ja, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Mein schönes Winter ist. Das ist gut. Sie sehen ganz gut aus. Ja, wir werden mit Treblinka anfangen. Ich glaube, das ist das Beste. Und wenn Sie gönnen, dann eine Beschreibung von Treblinka. Wie war Treblinka, wann Sie sind da angekommen? Ich glaube, Sie sind in Treblinka angekommen im August 20 oder 24? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. dass da ein bisschen nicht mehr ist, man hat schon eine kurze Zeit und ich habe in der Handeles할�seinsen, aber ich habe auch ausprobiert. genau das nochmal gemacht. Und ich gebe es, dass das jetzt einfach nicht mehr.